Hallöchen zurück schon. Nach dem Mega-Fail hier auf der Öl-Plattform habe ich mir gedacht, ne, ich habe jetzt keinen Bock noch so eine Base zu machen. Wir kümmern uns jetzt um die Hauptmission und müssen mit Philly sprechen. Dann, muss ich sagen, machen wir zu diesem Versteck eine Schnellreise und laufen dann dahin. Oder machen wir einen Absprung? Ne, eine Schnellreise ist besser. Das ist da in den Bergen. Glaub ich. Im Absprung sehe ich mich segelig da vorbeifahre, runter und dann bin ich tot. Oh, hier war ich noch nie. Hier ist noch eine Küste. So. Aha. Okay. Ernsthaft, das ist ein Tal. Ach. Äh? Ist der da in der Höhle? Scheint so. Ich habe gedacht, dass der Höhle ist, hä? Boah, das war mal wieder typisch. Okay. Ach du, halt. Philly. Glaubst du an Magie? Aha. Ich glaube, wir stellen hier Benzin oder so her. So, die Leiter. Was ist denn hier für eine Höhle? Ey, Philly. Dein Ernst? Nein. Nein. Ich bin hier oben. Heute ist es soweit. Du lernst mein neues Baby kennen. Nein. Okay. Führt er sie mit Gasolina und sie gibt uns Diesel. Wenn wir den mit dem Schaum vermischen, haben wir Napalm. Napalm, baby. Wir lassen José so hell rellen, dass man ihn vom Weltraum aussehen kann. Öffne die Ventile und wir gucken, was passiert. Sei ganz zert. Sie wird schnell nervös, wenn Fremde dabei sind. Ein verdampfer Vor allem, du bleibst doch hier hin Dann kannst du da den Raum machen Hier? Du brauchst Hilfe, Philly Nein Irgendwas ex Ich sprech mit Philly Verstehst du? Okay, ich brauche Platinen und einen Krokodilkopf Okay, hey, dann lass uns mal ein bisschen zaubern Wieso brauche ich einen Krokodilhelm? Okay, ich schmeiß Philly's Kram einfach auf seine Werkbank Platine Und einen Krokodilhelm Ich weiß, ich hab eigentlich irgendwann mal einen aufgesammelt Ich hab das Zeug Warum trägt Daisy ne Sprengfalle? Manchmal müssen wir denen wehtun, die wir lieben, Matt Nachdem sie uns labern gemacht hat Aber erst muss ich sie reparieren Mit nem Krokodilhelm Äh Das meint die Philly-Magiengarten Ach du Scheiße Das ist meine Daisy Oh, die Armee hat uns gefunden Nein Ups 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 Ach, kack. Philly, bist du da? Rettest du mich bitte? Boah, ich hab irgendwie das Gefühl, das wird jetzt bestimmt schon so eine Art. Philly. Philly. Okay, Philly ist auch tot. Okay, Vorrennen ist nicht so praktisch. Hm. Der Treff hat auch echt gar ne... Iron? Okay. Hä? Ah, hier ist noch ein Eingang. Ernsthaft? Was ist das denn hier für ne offene Höhle? ich konnte mich nicht heilen wettet er mich diesmal bitte hallo wo ist der interessiert sind das gar nicht philly wo bist du hast doch kacke in der allen nicht hoch hilft als verbrechende munition ich habe so oft auf die mittlere taste gedrückt jetzt kann sie schmeißen sie schon von hier ja ich sehe die nur noch ne die sind jetzt von hier oben gekommen das ist fast fertig nur fast sie macht so schnell sie kann sehen nein 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 so ok kann ich zielen muddi ok ich treffe sie nicht so wo ist hier unten ok tot problem ist ich sehe die sau schlecht ja philly hier irgendwie von der ach du philly was ist das hier für ne höhle ok von da oben von da oben wenn sofort was passiert jetzt die schießen die schießen als wollten sie sich selbst in die luft jagen das werden sie auch ok jagen wir das ding jetzt in die luft kann gut haben mehr ja ich muss den wagen hier raus bringen kümmere dich um die soldaten diese scheiße soldaten dürfen sie nicht anfassen muss ich die zerstören nein ah jetzt habe ich sie was muss ich denn jetzt machen muss ich die zerstören oder zerstöre ok 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 auch hääääääää können sich auch alle soldaten jetzt auf einmal wer ist tot mhm das war jetzt ein bisschen weird bis nur ne maschine hält krieg dich ein Die muss hier einfach ein bisschen crazy. Okay. Okay, uah, ups. Okay, und was ist jetzt? Ich habe gerade keine Mission. Okay, dann würde ich sagen, mal gucken. In die Richtung ist die Straße, jo. Es wird jetzt sofort wieder Telefon klingeln und dann wird sich wohl wer melden. Oh, Guste, wie denn das? Boah, ich eigentlich immer noch, dass ich bei der Ölplattform so gefailt habe, ey. Loot. Einmal auffüllen. Loot. Was hat das denn? Was hat das? Fünf. Fiech. Okay, es hat sich komischerweise noch niemand gemeldet. Okay, da sind Infos, aber da sind es auch böse Jungs. Alter. Äh? Nein. Wie da hast du? Alles klar. 3 Kisten. Ah, jetzt telefonieren wir. Wo ist der eigentlich? Musste mal rufen. Oh, die ganze Zeit. Eine Pitch. Ja, ich habe die meiste ausgestellt. Okay, Flybar, ich muss jetzt eine Ballmaschine und ein Flugzeug beschaffen. Ja, aber ich mache jetzt hier die Base, dann ist das hier fertig. So, ähm, ein. Meine Karre brauche ich. Fangen die doch auch? Ja, danke. Hier ist ein Zwilling. Ja, schön, hatte ich keiner drum gebeten. Mhm. Ja, Opis und Omis. Oh. So, Kuh. Kuh auf der Straße. Kuh auf der Straße. Oh, yeah. Oh, yeah. Hm. Noch mehr Kühe auf der Straße. Er rennt mir doch nicht in meine blöde Karre. Oh, yeah, yeah. Ich kann kratzen. So. Fario del Principia? Ist er? Ist er? Äh. Okay. Gut. Noch Infos. Boah, ich hatte so Schiss, dass ich die Geisel treffe. Danke sehr. Bälle. Bälle. 13. Lieber Tappgiften. Äh. Heilung? Ups. Hier sind ein lieber Tappgifte. Verschlossen. Wow. Die Tür abschließen aber dann so vier Bretterchen vor die, äh, vor das Fenster. Nageln. Ach, und ne Pitchingmaschine für Fini, ey. Ich werd gekloppt. Wow. Der Typ ist so bekloppt, ey. Pack doch die Knarre weg. Yeah. Fuck mir. Ich hab'n Kommando. Danke. Sorry. Ich brauche Munition. Gut gespielt. Angriff. Warte hier. Alter. Ich saß im Auto. Seit wann können die ihn Autosuppen treffen? Boah. Boah. Da ist so der Wurm drin. Da ist so der Wurm drin. Da ist so der Wurm drin. Und hier ist so der Wurm drin. Oh ja ja. Götchenbell. Die Uluvas. So, ich würd' sagen, der Wurm ist drin. Kann man die kaputt machen? Jede Werfetafel bringt zehn Erfahrungen. Geil. Hi alle. Ach ja, äh. Heute ist ein bisschen der Wurm drin. Deswegen beende ich heute jetzt hier schon mal die Folge. Und wir sehen uns in der nächsten. Bis dahin. Ciao, ciao.